Moin Moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Sneaky Sasquatch. Und ja, wir haben jetzt unser erstes richtig großes Golf-Turnier schon gewonnen. Wir haben einen Pro-Golf-Schläger. Richtig cool. Und wir haben eine Golf-Klamotte. Das ist noch viel, viel cooler. Mit der können wir jetzt an allen Golf-Turnieren teilnehmen und so richtig Kohle scheffeln. Wir ziehen aber erst mal unsere normale wieder an, unsere normale Klamotte und gehen später noch mal eine Runde Golf spielen. Wir quatschen erst mal die Ente an. Mal gucken, was die Ente wieder haben möchte. Hey Sasquatch, ich habe heute Bock auf etwas, was du mir vielleicht besorgen kannst. Mein Magen knurrt, ich habe Bock auf Würstchen. Das lässt sich nur beheben, indem du mir was davon bringst. Seltsame Bitte, oder? Aber ich weiß genau, was ich mag. Ich wäre bereit, 55 Münzen dafür zu zahlen. Aber dazu musst du mir das genau heute bringen. Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar Würstchen im Gepäck. Wahrscheinlich ungegrillte möchte sie. Okay, gut. Wir haben aber ein paar dabei. Ja, das sind gegrillte. Wenn wir die jetzt... Ne, die kann man ja nicht rausnehmen. Okay, gut. Dann gucken wir mal, dass wir von den Campern gegrillte... Ne, ungegrillte Würstchen kriegen. Aber erst mal sprechen wir hier das Kaninchen an. Hey Sasquatch, willst du ein Rennen? Ich habe ein paar ziemlich coole Laufschuhe für dich, wenn du genügend meiner Wettkämpfe gewinnen kannst. Ich werde heute irgendwo in der Golfplatz Gegend sein. Ach, wieder auf dem Golfplatz. Okay, das ist gut. Gehen wir mal zum Waschbären. Hallo Waschbär. Was hat der denn hier noch? Achso, Ski und Autoschlüssel. Die holen wir uns erstmal nicht. Wir gehen wieder raus. So, dann gehen wir mal auf den Campingplatz. Und gucken mal, dass wir... Oh, Hundefutter. Gammliges Hundefutter. Vernünftige Würstchen hier bekommen. Ah, da ist doch schon eins drin. Das können wir gleich der Ente bringen. Ich hoffe, sie nimmt das. Oh, ist das das Würstchen, um das ich dich gebeten habe? Danke Sasquatch, das sieht köstlich aus. Hier die versprochenen 55 Münzen. Sprich mich morgen einfach normal an. Vielleicht habe ich dann wieder Appetit auf etwas Bestimmtes. Die würde jeden Tag hier sein. Na gut. Wir sammeln nochmal ein bisschen mehr Essen. Dann suchen wir nochmal das Kaninchen auf. Wir sind voll am Schlafen hier. Mal gucken, was er hier am Grillen ist. Nehmen wir alles mit. Gucken, was hier noch so drin ist. Da ist nichts. Oh, hier sind wieder Süßigkeiten. Nehmen wir auch mit. Wir können auch mal zu dem Angler wieder hin. Wir haben nicht ja noch paar Angler, äh, paar Fische. Paar Angler, ja. Angler. Paar Fische in unserem Rucksack, die wir ihm geben können. Was ist hier drin? Altes Katzenfutter. Dann gehen wir erstmal zu dem Angler-Yogi. Aber wir könnten... Ne, wir müssen nicht mit dem Kanu paddeln. Wir könnten auch laufen. Aber erstmal müssen wir am Ranger hier wieder vorbei. Bisschen dran vorbeischleichen. So wie jetzt. Genau, hier runter. Hey Angler. Ist es dir gelungen, solche Fische zu fangen? Ah, hervorragend. Lass mich mal sehen. Seewolf, Mondfisch, Groppen. Gute Beute. Hier, das ist für deine Mühen. Ich hoffe, 195 Münzen reichen. Das ist richtig viel Geld. Mal gucken, wie weit wir sind hier in unserem Angelleitfaden. Und die ersten beiden Seiten haben wir schon abgehakt. Ja, sind noch so einige, die wir noch nicht haben. Sind noch so einige. Und schwingen wir mal die Angel hier raus. Haben wir den verjagt jetzt? Ha, nein. Dann probieren wir es mit dem hier vorne. Aber wieder eine Edelritze. Ich müsste auch mal gucken, wo wir die genau finden. Das steht ja immer da dahinter. Mag den Campingplatz. Das heißt oben. Meidet den Campingplatz. Liegt große Seen. Bekommt man nur nach Mitternacht zu sehen. Das reimt sich sogar. Blau Rückenlachs. Mag gerne Laub oder Schnee. Zieht die Dunkelheit vor. Liebt es Leuten nachts beim Golf. Golfen zuzusehen. Ah, den filmen wir nur auf dem Golfplatz. Liebt den Regen und Seen. Wir müssen ja eh zum Golfplatz hoch. Dann versuchen wir da nochmal oben. Ein bisschen zu angeln. Weil wir wollen ja zu dem Kaninchen nochmal. Um das nächste Rennen zu machen. Nee, ich weiß welches Rennen. Stimmt. Deswegen ist es ja wieder Golfplatz. Weil wir das eine Rennen ja nicht gewonnen haben. Jetzt gucken wir aber vorher mal, wo das ist. Wo die Stelle ist. Irgendwas mit 600 Metern. Dann gehen wir hier hoch. Suchen wir mal die Stelle, wo das sein könnte. Dann gehen wir zum Kaninchen wieder zurück. Das muss hier irgendwo sein. Können wir eigentlich uns auch hier so ein Gefährt nehmen? Ja, dann wollen wir nicht mehr laufen. Fahren wir mal hier hoch. Aua, nein! Haben wir den jetzt umgefahren? Wir haben den umgefahren, ja. Oh, das könnte doch hier schon sein. Hier ist doch hier so ein... So ein Abschlag... So ein Abschlagstelle. Das ist bestimmt hier. 200, 250, 300. Nee, dann Schluss. Oder geht das hier noch weiter? Ah, da ist das Schild. Genau, 600. Hier wird das sein. Gut, okay. Jetzt müssen wir nur noch zum Kaninchen wieder. Oh nein, da habe ich mich hier festgefahren. Vorbei, vorbei. Mal vorbei. Oh Gott. So, ab zum Kaninchen. Das Golfcar können wir eigentlich gut gebrauchen. Dann steigen wir... Dann stellen wir in der Nähe von dem Kaninchen ab und dann fahren wir ihn in die Hüte. Oh, jetzt habe ich den Schilder umgefahren. Das wollte ich nicht. Sorry. Ab zum Kaninchen. Ja, wir machen das mit dem Golfcar. Sind wir auf jeden Fall schneller. Wenn wir nicht irgendwo hängen bleiben. Oh, hier ist wieder der Fuchs drin. Hallo Fuchs. Hey Sasquatch, möchtest du ein paar Münzen verdienen? Ich habe einen Job für dich. All die herumstehenden Golfspieler gehen mir auf die Nerven. Sobald sie den Golfball geschlagen haben, möchte ich losgehen und den Ball irgendwo verstecken, wo ihn keiner finden kann. Wenn du drei ihrer Golfbälle wegschlägst, gebe ich dir 156 Münzen. Na klar, den Spaß machen wir mit. Mal gucken, das machen wir gleich bei dem ersten hier. Schnell zu seinem Golfball hin. Ist der das hier? Komm, den schlagen wir weg. Irgendwo in die Wallachai. Ja. Oh, wo ist denn mein Golfball hin? Ja, das war gut geklappt. So, der Nächste bitte. Wo sind denn alle hier, die Golfspieler? Ach hier. Nein, schade. Komm, den macht er eh nicht rein. Oh, doch. Ja. Fangen wir jetzt nochmal von vorne an? Ich hoffe doch. Dann bleiben wir einfach hier. Huh, huh. Der Ranger. Schnell weg. Den holen wir uns hier, den Golfball. Den schlagen wir weg. So, den auch gleich. Hinterher. Dann haben wir alle drei. Bäm. Jawohl. Unfug angestellt. 156 Münzen. Mensch, wir haben richtig viel Kohle. Wo ist bloß mein Ball hingeflogen? Jetzt muss ich erstmal fix gucken, wo wir das Golfcar abgestellt haben. Aber hier. Hier sind zwei auf jeden Fall gut. Können wir uns ja eins schnappen. Warum gar nicht hinlaufen? Dann fahren wir hier so runter. Das Karnitchen müsste hier unten in der Ecke wieder sitzen. Hier unten rechts. Oh. Bloß nicht hier die Golfspieler umkarren. Ey, läuft so gegen mein... Warum läuft der gegen mein Auto? Jetzt kommt der Ranger. Nein. Der sieht doch meinen Golfkader stehen. Warum läuft der dagegen? Halte dich aus Schwierigkeiten raus. Bigfoot. Ist ja gut. Ist ja gut. Ah ja. Hier oben kommen wir nicht weiter. Ich hab Knast. Muss was essen gleich. Das sind wir uns hier. Hier so ein Golfcar. Nein. Oh, schon wieder. Beinahe. Oh, jetzt haben wir uns festgefahren. Jetzt komm ich hier gar nicht mehr weg. Oder? Komm, komm. Zieh rum, zieh rum. Ah, jetzt. Also ich lauf auch immer gerne gegen Autos. Sonst ja nicht. Genau. Hier unten ist das Karnitchen bestellen uns. Das Golf kann mal so hin, dass wir dann gleich losdüsen können. Klamotten ausziehen. Perfekt. Auf geht's. Ja, wir wissen, wo es ist. Ready, set, go. Ach, wir dürfen keine Autos fahren. Nein. Wir dürfen kein Golfcar fahren. Da ist der Ranger. Oh. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Lauf uns nicht hinterher. Ob wir hier wirklich richtig sind. 35 Sekunden noch. Müssen hier hoch. Ja, wir sind da. 23 Sekunden noch. Das wird knapp. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Das wird richtig knapp. Weil hier kommt ja nochmal der kleine See hier. Oder der Teich, besser gesagt. Oha. Eine Sekunde noch. Oh, das war knapp. Wir haben es aber geschafft. Sehr schön. Super gut. Ja, cool. Komm, wir packen mal hier unser Angel aus. Es wird nämlich gerade dunkel. Vielleicht können wir hier die beiden Fischis fangen. Oh, der hat gleich angebissen. Voll. Wir haben einen neuen Auge. Den haben wir noch nicht. Super gut. So, den holen wir uns hier auch noch raus. Der hat auch sofort angebissen. Ist das nochmal einen neuen Auge? Nein, den haben wir auch noch nicht. Einen Barsch. Den haben wir noch nicht. Wir haben zwar schon einen Barsch, aber nicht den Barsch. Ja, das lief doch ganz gut. Aber wir ziehen uns mal wieder hier unsere Klamotte an. So. Damit wir uns die Camper hier nicht, damit wir die Camper nicht verschrecken. Wir haben auch schon wieder Hunger. Und wir schlagen einmal ab hier. Sehen wir weit gekommen. 272 Yards. Cool. Hier essen wir erstmal fix was. Da sind nochmal Fischis drin. Die holen wir uns auch. Die holen uns auch gleich. Erstmal essen wir hier so alte Frikadellen. Die müssen weg. Sonst wären die schlecht. Was war das? Achso, eine Toastscheibe. Eine alte. Wir dürfen nur keinen Fisch nehmen. Nein. Können wir den wieder loslassen? Den dürfen wir nicht essen. Nee, Hundefutter dürfen wir auch nicht essen. Obwohl, der Hund wird das gar nicht essen, weil das gammelig ist. Ja, wer weiß. Wir behalten das erstmal. Bevor wir hier nichts anderes haben. Komm. Isst diesen schönen April. Was haben wir uns denn jetzt genommen? Ah, hier die Wasserflasche. Wir nehmen einmal die Frikadelle rein und dann unser Magen auch wieder schön gefüllt. Mit richtig gutem Essen. Oh, der hat auch sofort angebissen. Komm schon. Oh, der kämpft. Der kämpft. Der kämpft aber. Wieder neuen Auge. Egal. Ich muss die Taschen haben wir schon anmachen hier. Mal gucken, ob hier noch andere Fische drin sind. Versuchen wir die auch mal raus zu angeln. Ah, jetzt dreht er ab. Nein, doch. Komm, beiß an. Komm schon. Komm schon. Ist das wieder ein neues Auge? Ne, ist wieder ein Barsch. Aber egal. Da ist noch ein kleinerer drin. Den versuchen wir uns auch mal zu holen. Beziehungsweise die beiden da. Das ist ein Barsch. Ne, eine Eheritze. Ist das eine Eheritze? Schöner Name. Eheritze. Komm, schnapp an. Nein. Ach, Mist. Machen wir nochmal. Ja, ist wieder eine Eheritze. Okay, gut. Ich würde gerne mal wieder das illegale Golfrennen hier machen. Das müsste doch eigentlich jetzt schon wieder... wieder gehen. Ich gucke mal, wo das war. Muss ja hier unten irgendwo gewesen sein. Boah, hier ist ein großer Fisch drin. Den können wir bestimmt noch nicht fangen, oder? Ne, ich glaube, der ist zu groß. Darf man noch nicht die passende Angel für? Komm, schnapp an. Jetzt. Ne, der reißt ab. Der reißt ab. Nein. Oh, wir sind müde. Gucken, ob wir noch hier mit dem Golfcar fix fahren können. Ja, hier muss das gewesen sein. Genau, hier unten. Hey Sasquatch, Lust auf ein Rennen? Wir schleichen uns hier nachts rein und fahren Rennen. Ja klar, los, komm. Lass loslegen. Folge den Lichtern. Oh, das war ein gutes Manöver. Oh, bloß dich abdringen lassen jetzt. Pass auf den Lack auf. Ja, lass mich in Ruhe. Oh, ich bin immer noch in Führung. Das ist gut. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Oh. Nein. Ich hab den Sieg verschenkt. Ich hab den Sieg verschenkt. Zweiter. Zweiter. Oh, man. Hundert Münzen haben wir dafür gekriegt. Können wir das eigentlich wiederholen? Ne, okay. Ist wahrscheinlich nur einmal am Tag möglich. Jetzt sind wir auch nicht mehr müde, komischerweise. Verstehe ich auch nicht, aber okay, dann ist das so. Wir schnappen uns mal das Golfcar. Wir könnten jetzt eigentlich auch schlafen gehen. Den nächsten Tag anbrechen. Dann haben wir wieder unser Kaninchen. Ich würde aber gerne nochmal zu unserem Ranger-Haus hin. Weil wir ja immer noch den Rauchmelder aktivieren müssen. Haben wir immer noch nicht gekriegt. Ich versuch mal. Ah, jetzt kommt wieder das Schlafzeichen. Okay, wir legen und schlafen. Wir legen und schlafen und machen das dann am neuen Tag. Jetzt machen wir schnell über die Karte. Vielleicht müssen wir auch auf den Herd dort irgendwas rohes legen. Also wir hatten ja eigentlich nur gegrilltes. Und gegrilltes kann ja nicht noch mehr kokeln. Wir werden uns mal so ein Würstchen holen. So ein ungegrilltes Würstchen. Oh, es regnet. Bei Regen kommen auch irgendwelche Fische zum Vorschein. Richtig, ne? Guck ich nochmal schnell rein. Irgendwas hatte ich doch hier gelesen. Mag es kalt, lauscht den Motoren. Lieb den Regen und Seen. Ja, genau. Lieb den Regen und den und Seen. Aber das ist ja hier kein See, das ist ja eher ein Teich. Ah, zur Ente gehen wir erstmal nicht. Oh, da gehen wir nochmal zur Ente hin. Doch, wir gehen nochmal zur Ente hin. Auf was hat sie denn heute Bock? Banane. Ja, okay. Banane habe ich noch gar nicht gesehen. Und die muss im Ofen zubereitet werden. Kriegen wir 53 für. Eine Banane habe ich ja noch gar nicht gesehen. Na gut. Ah, hier ist das Kaninchen wieder. Ja, wir wollen rennen. Mal gucken, wo du jetzt dich rumtreibst. In der Gegend von dem Labyrinth. Was für ein Labyrinth? Hey, warte. Was für ein Labyrinth? So weit sind wir noch nicht. Sehen wir das auf der Karte vielleicht? Nee, hier sehe ich auch kein Labyrinth. Wer weiß. Ja, wir müssen was essen. Wir essen erstmal schnell was. Und dann machen wir uns auf die Suche. Oh, die Fische könnten wir eigentlich schon abgeben wieder. Na gut, den können wir essen. Das ist eine Elritze. Den haben wir schon abgegeben. Ja. Gucken, ob hier Würstchen. Nee, das ist Speck. Obwohl, Speck könnten wir auch mal versuchen raufzulegen. Das müsste ja auch brennen. Das ist ja auch ungegrillt. Aber im Würstchen wäre, denke ich, mal besser. Dann haben wir das auch abgeschlossen mit denen. Wir fischen mal hier. Mal sehen, was das für einer ist. Oh, den haben wir schon. Das ist ein Seewolf. Ja, den haben wir schon. Okay, quatsch mal den Bären anher. Der Bär ist zu müde, um sich zu bewegen. Sasquatch muss den Bären wegschieben. Ich muss den wegschieben? Kann ich den wegschieben? Tatsächlich. Und dann komme ich rein. Oh, hier sind zwei Gefriertruhen drin. Einmal Senf. So wie es aussieht. Senf, ja. Und was haben wir hier drin? Oh, hier ist ein Würstchen drin. Sehr gut. Dann probieren wir das gleich mal mit dem Würstchen aus. Sehr nice. Super gut. Da bin ich ja mal gespannt. Das Wasser ist so kalt. Wir gehen hier auch mal fischen. Bislang es regnet. Auf jeden Fall. Oh, sofort angebissen. Was ist es? Eine Ehe-Ritze. Eine olle Ehe-Ritze. Essen brauchen wir nicht mehr. Erstmal nicht mehr. Ja, wir bräuchten... Oh, noch mehr Würstchen. Wir bräuchten... Einmal Wasser. Haben wir hier. Zwei Würstchen. Wir bräuchten eine Banane. Und die müssen wir im Ofen backen. Also eine Backbanane möchte die Ente haben. Eine schöne Backbanane. Campingplatz. Hätten wir noch hochgehen können. Aber ich möchte das jetzt unbedingt mit dem... Mit dem Herd machen. Mit dem Rauchmelder. Super. Schnell weg. Uh, fahren wir nicht über hier, du. Sind wir hier richtig? Doch, ne? Nein. Wir sind hier völlig falsch. Hier ist das, ne? Hier unten. Aber wir sind schon zu weit. Wir sind jetzt beim Golfplatz. Wir sind zu weit gelaufen. Wir müssen hier ein Stück zurück. Und runter. Irgendwo runter. Nee. Oder hoch? Nee, eigentlich ist das doch unten gewesen. Vielleicht sind wir auch zu weit gelaufen. Campingplatz. Oh, hier ist nochmal ein Erdtügel. Den bunten wir natürlich aus. Schön versteckt. Was haben wir da? Oh, ein grünen Sack Münzen. Sehr gut. Oh, da ist der Camper. Oh, da ist der Ranger. Oh, der Ranger. Ach, wir sind hier vorbeigelaufen. Guck mal, wir sind hier vorbeigelaufen. Die war hier oben, die Ranger-Station. Ah, da ist der Fuchs. Hey, Sasquatch. Ja, wir wollen den Rauchmelder aktivieren. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Mit unseren Würstchen. Die wir dabei haben. Oh, hier sind Bananen drin. Hier sind Bananen drin. Dann holen wir uns gleich eine Banane. Nehmen wir beide mit. Falls wir das verkacken. So. Wir machen beide... Wir machen alle mal an. Aber wir können nichts aus dem Rucksack holen. Schade. Warum nicht? Warum können wir nichts aus dem Rucksack holen? Wenn wir uns jetzt hier so ein Würstchen nehmen. Nehmen wir jetzt mal. Können wir das nehmen? Haben wir hier noch was im Kühlschrank? Oh, Eier. Butter. Ja, nehmen wir alles mit, ne? Eier. Oder brauchen wir eine Pfanne? Brauchen wir eine Bratpfanne? Um da drauf... ...was zu braten? Nein. Oh, nein, 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 nein. Ich hab' nicht gesehen, nein. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Jetzt kommen beide. Nein, 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 nein. Schnell weg, du küsst mich nicht, du küsst mich nicht. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ich halte mich aus schwierigkeiten raus ihr dummen ranger verdammt aber wir machen erstmal schluss an dieser stelle und machen nächsten let's play weiter vielen vielen dank fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat lasst doch gerne daumen nach oben da und wenn ihr keines meiner videos mehr verpassen wollt abonniert diesen kanal und aktiviert die glocke würde mich sehr sehr freuen wir hören uns im nächsten let's play wieder bis dahin macht's gut ciao ciao